Jojojoo Stimmbruch kickt auf jeden Fall rein Jojojoo Leute, was geht unherzlich? Willkommen zu einem weiteren Brawl Stars Video Und heute zeige ich dir ein paar Sachen Die nicht im Brawl Tour gezeigt wurden Aber trotzdem mit dem neuesten Update reingekommen sind Heißt Dinge, die du vielleicht noch nicht bemerkt hast Vielleicht aber auch schon, ich denke mal Zwei Sachen solltest du mindestens noch nicht gesehen haben Und damit würde ich dann sagen Lasst doch gerne mal einen schönen Daumen nach oben da Und ein Abo sowohl hier als auch auf meinem zweiten Kanal Würde mich sehr freuen. Unter meinem Club kannst du auch sehr gerne joinen. Und jetzt zu Let's Go mit dem Video. Das waren auch schon die ersten vier Punkte, die du sehr wahrscheinlich schon bemerkt hast, aber die eben auch nicht in Wolter genannt wurden. Nämlich der neue Lade Scream, die neue Lade Musik, die neue Lobby und die neue Lobby Musik. Was ihr sehr wahrscheinlich auch schon bemerkt habt, ist die neue Ereigniswahl. Die sieht zwar auf den ersten Blick irgendwie sehr fresh aus, aber auf den zweiten Blick finde ich irgendwie, die alte war eindeutig besser, weil da sind diese Lücken und die sind einfach sowas von hässlich. Sorry, aber da fehlt einfach irgendwas und irgendwie hat mich das andere Design ein bisschen mehr gecatcht, weil das sieht irgendwie nicht ganz fertig aus. Diese Lücke, die sieht einfach überhaupt nicht schön aus. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was denn eure Meinung ist. Vielleicht sehe ich das auch nur so, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass wir da noch irgendwas überarbeiten. Die Map-Auswahl im Testspiel wurde natürlich auch angepasst und es gibt wieder ganz viele neue Maps, die mir größtenteils auch gefallen, aber etwas stört mich sowas von. Und zwar in World Warl gab es hier bis jetzt immer drei Umgebungen. Einmal das Stadion hier, dann diese etwas langweilige Map, wo einfach nur grün an der Seite ist und bis jetzt gab es hier immer noch diese Beach-Umgebung. Aber jetzt wurde einfach mit dem neuesten Update die Beach-Umgebung entfernt, heißt wir haben jetzt noch diese zwei Umgebungen. Ich verstehe zwar den Sinn dahinter und zwar, wenn es zu viele Umgebungen gibt, dann muss das Spiel einfach zu viel speichern und so dauert das Spiel eben länger zu laden. Also ich verstehe schon, warum man Umgebungen entfernt, aber ich verstehe nicht, wieso man diese hässliche Umgebung hier drin lässt, währenddessen man so eine wunderschöne Strandumgebung rausnimmt. Man könnte ja auch sagen, dass man sich Maps selber downloaden kann und man selber entscheiden kann, welche Umgebung man jetzt spielen will, weil im Endeffekt ist es ja egal, ob man jetzt im Schnee spielt oder in der Wüste. Seit dem neuesten Update kann man übrigens nicht mehr auf der Tagessieger-Map Pokale pushen, was vielleicht ein bisschen doof ist, aber auch irgendwie ein bisschen verständlich, weil es gab schon ein paar Maps, die halt wirklich sehr leicht zum Puschen waren. Aber trotzdem finde ich das irgendwie ein bisschen schade, weil jetzt fehlt so der Reiz einfach diese Maps zu spielen. Ich denke mal, ein paar Maps werde ich wahrscheinlich trotzdem für Quest und so zocken, weil sie einfach Spaß machen, aber es würde jetzt einfach keinen Sinn machen, hier richtig jetzt zu pushen. Ah, der lebt, scheiße. Aber vielleicht spawne ich ja jetzt hier. Ach komm, das wäre jetzt schön gewesen, wenn ich jetzt auf der anderen Seite gespawnt, weil dann könnte ich jetzt nämlich schön den Ball hier ins Tor machen, aber das ging so auch ins Tor. Na moin. Ist mir auf jeden Fall recht, wir zünden wieder unser Gadget und die Ult. Oh, schön. Nochmal, mach das Gleiche. Komm an, bitte. Der Spout ist hier gerade ein bisschen eingesperrt und das Ziel von dem Nani war, glaube ich, gerade, sich rüber zu teleportieren. Der Nani kann ein Tor machen, jawohl, und das macht er auch und damit haben wir jetzt hier easy gewonnen. Das ging halt ein bisschen schnell und normalerweise hätten wir jetzt easy 8 Pokal plus gemacht, aber jetzt machen wir halt gar kein Plus, was halt sehr schade ist, aber irgendwie auch ein bisschen verständlich. Ich finde halt, es soll dann vielleicht eine Ersatzbelohnung geben, wie zum Beispiel jetzt beim ersten Sieg des Tages vielleicht 100 Marken extra noch obendrauf, damit man eben irgendeinen Reiz hat, diesen Web noch zu spielen, weil sonst ist das halt echt ein bisschen unnötig jetzt. Eine weitere Änderung gibt es bei den Spezialquests, da gibt es jedes Mal 5 am Wochenende und da sehen wir jetzt, wie viele wir da schon abgeschlossen haben. Da finde ich übrigens auch, die Belohnungen sollten da ein bisschen mehr werden, weil maximal 500 Marken am Wochenende ist halt jetzt nicht so viel, dass ich jetzt sagen würde, okay, ich würde jetzt wirklich hier mich hinsetzen und diese wirklich langweiligen Spezialevents zocken, weil die sind halt einfach mega langweilig, aber jetzt sind wir der Riesenbot und jetzt ist es nicht ganz so langweilig, beziehungsweise vielleicht doch, weil wir kämpfen hier erstmal in den Busch. Oh, da haben sie uns gefunden. Wir machen unser Gadget nach vorne. Wenn das WLAN das hier zulässt, ich wollte eigentlich nur den Dynamite killen, hab ihn bis jetzt aber noch gar nicht getroffen, aber das Leben geht ja bis jetzt eigentlich noch klar hier. Wir haben jetzt hier schon über die Hälfte der Zeit um, aber auch schon ziemlich viel Leben verloren, also das wird auf jeden Fall sehr, sehr eng. Ach komm, nein, 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 8-Bit, 8-Bit, der wird uns nochmal lasern. Komm, unten unseres da vor, kann uns vielleicht nochmal ein bisschen hoch rein, aber das reicht leider nicht. Ausrede, ich hatte ein paar WLAN-Probleme, aber da gibt es auch ein neues Feature beim WLAN und zwar wird uns jetzt unten in der Lobby angezeigt, wenn wir wirklich schlechtes WLAN haben. Das sieht dann ungefähr so aus, habe ich hier schon reingeschnitten, weil ich habe natürlich keine WLAN-Probleme, niemals, Freunde. Falls ihr auch keine WLAN-Probleme haben wollt, könnt ihr hier gerne mal einen schönen Daumen noch umlassen, ich garantiere euch, das funktioniert. Und dann gibt es noch ein paar weitere optische Änderungen, nämlich einmal für den guten Hexen-Shellyskin, achtet mal bitte auf die Augen und die Mimik einfach vom Mund, das bewegt sich jetzt ein bisschen anders, sieht einfach ein bisschen schöner aus, genauso wie bei Nita und diesem Shiba-Nita-Skin. Piratenkohl sieht jetzt auch ein bisschen anders im Gesicht aus, als nächstes haben wir den guten Bull hier auf meiner Liste, da bewegt sich jetzt auch der Mund so ein bisschen böse, ist auch ganz funny. Alle Dynamike-Skins sagen jetzt auch was, während sie hochspringen und ich meine, die springen sogar ein bisschen schneller hin und her am Anfang. Nochmal anschauen, ja, das ist sehr schnell am Anfang, wurde dann aber sehr schnell langsamer, weil dem alten Knacker hier eben die Puste ausgeht. Bibi-Bibi-Bibi-Bibi-Bibi... Bibi-Bibi-Bibi-Bibi-Bibi-Bibi-Bibibi-Bibi-Bibi-Bibi-Bibi-Bibi-Bibi-Bibi jetzt noch ein bisschen in ihren Mund, ist aber minimal, ein bisschen mehr ist das beim Held-Bibi-Skin, der momentan auch im Job ist, da kaum noch ein paar böse Blicke und so. Und dieser Mortiskin hier, der mittlerweile übrigens glaube ich auch exklusives beziehungsweise man kann ihn gar nicht mehr kaufen der flirte noch ein bisschen mit uns der zwingert uns gerade noch mit seinem Auge zu und dann gibt es noch ein paar andere Änderungen die die Mimik betreffen ist jetzt aber nicht so interessant, ein bisschen interessanter ist dass die alten Weihnachts-Skins jetzt auch so ein Logo hier haben, das ist hier der Rikos-Skin und dann noch der Brook-Skin der ist hier, da sehen wir jetzt eben auch dass es ein Jubiläums-Skin ist und der eben auch exklusiv ist, damit würde ich dann sagen, hier gibt es noch ein paar Leaks zum neuen World Pass, so wird der aussehen und ein Like gleich, eine Stunde weniger auf die neue Season warten, damit würde ich mich wie immer bei Like-Abo gefreuen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video Haut rein und Ciao!